Oh Gott, ich bin doch die Pfeife. Predator. Also Artful Escape sah ganz cool aus. Das war halt auch wieder so ein Jump'n'Run. Das ist genau mein, mein Style. Das kommt ja alles so. Dadurch, dass Microsoft ja auch Rare hat, also auch wenn Rare nicht entwickelt, aber die machen so Rare-ähnliche Spiele gerade sehr viele. Aber das war, glaube ich, eh von einem Mini-Entwickler. Aber da gab es so ein Fuchs-Spiel. Blablabla's Tail. Ach, da hier ist eine super Lucky's Tail, ne? Ja. Und benutze nicht die Pfeife. Hab ich schon. Fliegst du schon? Ja. Du fliegst gerade voll die merkwürdige Kurve bei mir. Merkwürdig. Na, ich gehe jetzt erst mal hier die Quest abgeben. Hier unten. Ach so. Ja, das... Ich wollte erst mal Surama fertig machen. Also, komm mal erst mal nach Surama, oder können wir danach machen? In der Zeit ließ weiter. Okay, nach Surama. Ähm, The Last Knight. Was war denn dat nochmal? Also, hier steht da unten dazu, dass halt 2D exklusiv für Xbox One, Cyberpunk-Welt, Xbox One-Infektion... Äh, das war so ein Pixel-Spiel, was auch ziemlich cool aussah, tatsächlich. Das sah so ein bisschen aus wie... Oh Gott, wie heißt denn der Anime? Da hab ich mal auf Animex geguckt, eine Zeit lang. Wo du in so verschiedenen... Also, in so, äh... Erste Welt, zweite Welt, dritte Welt... Du bist halt in so einer Spielwelt, in dem Spiel, in dem Spiel, in dem Spiel, irgendwie so... Und total Mindfuck mäßig. Was war denn das? Ich hab keinen Plan. Auf jeden Fall so ist das. Das sah aber auch vom Style her so aus. Und so ein bisschen, äh... Wie, äh... Ghost in the Shell spielt in Tokio, ne? Hm, ja. Ja, oder halt Japan. Halt wie so eine japanische Zukunftsstadt. Du musst dann in, äh... In... Wie heißt denn das? Meredir rein und in Portalen zum Hafen nehmen. Okay. Ja, ist halt auch immer cool, weil... Wie geht's? Irgend ein cooles Motorsport-Spiel muss man immer haben. Gut, wenn jetzt Need for Speed wieder cool wird. Aber gut, Need for Speed ist ja so ein Street-Racing-Spiel, das kann man nicht vergleichen. Ja. Also, das hat schon seine Daseinsberechnung, das halt jetzt nicht. Das ist mein persönlicher Favorit. Kampf an einfach. Ohne euch wird Azzerot fallen. Achso, ich muss jetzt hier nur bei Cut gehabt, ich komme jetzt, darf ich mich zurück, vor Ordner, schönen Dank. Ach, das war schon nicht. Was? Das war's schon, oder wie? Ja. Na, jetzt muss ich zurück zu Talysra. Vor allem die Stadt neben ihm, ich muss aber zu Talysra hier. In Meridiel zurück. Da bescheuert. Ein Tag nach dem... Vor der Belagerung. Gebt die Frucht des Arcana einem Flüchtling. Er traut nicht jeden. Ach, scheiße, und der kann gar nicht weitermachen, weil mir da noch zwei von diesen Missionsfiltern kann von allen Fronten. Fuck. Ach, du hast, äh, keine Dings-Mission gemacht. Also jetzt sind beide gerade in der Woche, das dauern halt noch ein paar Stündchen. Also, uncool, na gut, dann gehen wir halt... Ne, ich weiß, was wir machen. Unsere Isolation ist vorbei. Tore der Nachtfessung. Begebt euch zum Hafen. Erster Warnbeginn gemeinsam mit den Elfen-Nikoranen. Ja, scheinbar nicht heute. Ich überlege gerade, äh... Ja, ich will fliegen können, also lieber verheirte Küste. Die Chromie-Kampagne können wir auch später machen. Aber für die verheirte Küste, da, äh, hier, dass der Nacht... Nee, hat das Ruppe gemacht, warte mal, verteidigende Pferden in so einen Splitterwochen, dann habe ich fertig zum Abgeben. Hab ja auch. Gut. Lesen wir mal hin. Die Archäologie-Quest ist auch wieder am Start. Äh, nicht Archäologie, aber halt von der Archäologin die Quest. Ist interessant, wenn ich übersuche und mal fliege, habe ich voll scheiß FPS. Aber wenn ich hier rumlaufe, ist kein Problem. Gut, jetzt kannst du ja, kannst du ja weiter vorlesen. Ich würde es ja selber machen, aber da habe ich kein Ton-Endgame, das ist blöd. Wenn ich raus-tappe. Äh, Tacoma? Daran erinnere ich mich ja gar nicht mehr. Doch, ich erinnere mich an den Schriftzug, aber ich weiß nicht, was das war. Von den Gun Home noch ein kunstvolles Sci-Fi-Setting, 200.000 Meilen von der Erde entfernt. Ah, ja, 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 das war mit so Astronauten, die so durchsichtig waren, die eigentlich nur so ein Gitter-Modell waren. Mhm. Das sah ganz lustig aus. Aber will ich mir jetzt auch nicht unbedingt kaufen, wenn ich sehe. Das wäre wieder so ein typischer Fall von, ey, ist ein geiles Spiel, hat Let's Play XY schon gesagt, dann kann man sich es mal angucken. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir das einfach so zu kaufen. Was war das denn gerade? Ich habe mich gestreckt. Ja, äh, Ashen? Äh, warte, das war auch fett. Moment, ist das nicht das, warte mal, Anthem oder Ashen? Ashen, welches war jetzt das geile, was ich so geil fand? Das geile, was du geil fandst, war Anthem. Das war das mit den, äh, mit diesen Exosuits, ja? Genau. Gut, und was war dann Ashen? Ashen war, Ashen war das Dark Souls-Ding. Das Cartoon Dark Souls. Mhm, ja, aber dann. Die brennende Legion wird fallen. Ergebenste Grüße, Champion. Lebt wohl. Wir werden uns wiedersehen. Mal, mal der Sentinac sammelt, mal der Sentinac sind auch ernsthaft. Ernsthaft, Brudi? Machen nicht diese... Äh, wie kommt man denn auf die drauf? Erstmal Quest lesen. Die Sentinac fliegt doch in der Luft. Aber wir müssen Bosse killen wahrscheinlich. Nein, das kann ich nicht. Soll ich töten mal... Nein, erstmal machen wir mal den Enden Quest. Und ich muss mal auf die Enden Quest machen. Ich glaube, so 100 Minibosse abfahren haben wir heute wohl keinen Bock drauf. Nein, muss das nicht immer nicht sein. Warum habe ich gerade 2499 Splitter gesammelt, nachdem ich 2.500 für Katka... Sag mir nicht, er wollte nur einen haben. Auch eigentlich brauche ich nur einen. Fick dich, Katka. Ja, was wollt ihr? Schiffsfriedhof sucht nach dem Erwenden, Schätzchen... Bleibt gut drauf! Oh, das ist so. Oh, das ist so. Da vorne. Oh Gott, unter Wasser. Soll ich teilen, warte? Na, jetzt wusste ich schon, was da ist. Hier noch Wasser nach Hause? Diese Lektree hat eine schöne... ... die Kretse in der zerklüfteten Bucht haben es auf eine Gruppe Salzwasserkraniche abgesehen. Helft mir diese armen Vögel einzusammeln, damit wir sie retten können. Jetzt können die Levitieren schon nur gebrauchen. Wobei, ich hab doch mein Wassermont, das ist nicht eigentlich blöd. Äh, wundervoll verzierter Stoff. Unterwasseratmung. Damit kann ich ja nicht dienen. Ah, hier sind auch ein Unterwasser. Das ist konvenient. Das Geräusch war immer cool. Luke, nimm mir diese Mask ab. Dampfendes Seerohr. Boah, aber du musst echt den... Ah, ich hab den Schatz gefunden. Der ist hier unter dem Feldvorsprung. Und hier ist wieder so ein Schatzmeister. Hä, unter Wasser redet der nicht mit einem, sondern unter Wasser macht der nur eine unflätige Geste. Wie cool ist das denn? Nee, aber auch die Witze, also, weißt du, Onkel Jo und... Zum Beispiel Onkel Jo hat Radice mitgebracht und Gronkh, boah geil, gib mal eins. Und dann, äh, haben die alle Mundgeruch gehabt, haben gerülpst. Und einer scheint dann auch gefurzt zu haben. Und keiner, keiner wollte es sein. Und Gronkh dann immer, ja, das war fahren. Und fahren kann, kam dann irgendwie 20 Minuten später. Ich war oben, ich hab das gehört. Ich habe nicht gefurzt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Einfach mehr Player unknown Battlegrounds für die Xbox One. Das muss ich mir entweder kaufen oder mal angzaucken, weil das scheint es cool zu sein. Schaff's gut. Ein durchnester Wandklappchen. Das war kein, das war kein, äh, cooles Outfit oder so. Ich hab uns auch gar mal schon hundertmal getötet. Ich geh dann zu Lord Hellnurad. Jetzt direkt nödirekt Licht von hier. Achso, Moment mal kurz. Ne, da des Ruptor. Ah! Okay, du musst hier einfach wie früher bei der Garnison auf den Zettel klicken, dann ist das Ding automatisch abgeschlossen. Mhm. Hast du das schon gemacht? Ja, hab ich schon mal gedacht. Warum sagst du mir das nicht? Weil der halt auch erst später Opfer ist. Ich wundere mich, warum die Quest nochmal neu, äh, warum ich die nochmal neu machen muss, weil ich hab einfach gewartet, bis der, also bis andere Leute, also insgesamt die ganzen Leute, genug gespendet haben. Der Neta-Disruptor. Segen des Neta-Disruptor, wohlgesinntes Schicksal. Wenn euer Bonuswurf an der fährten Küste fehlsteht, besteht eine Chance, dass ihr euer Siegel das fährten Schicksal zurückhaltet. Wohl, Kerze, komm an die Kamera zurück, um den Bonus zu erhalten. Das wäre schon mal nicht schlecht. Geht zu Lord Helnorath und guck mal, ob jeder Einzelsegel oder hundert davon droppt. Eine unserer Patrouillen wurde von einer Stampede überrascht. Wir müssen ihnen Sturmgebräut zukommen lassen, um sie zu stärken. Aber wie? Das heißt, Sturmgebräut nicht umgebracht. Der hat ihren eigenen Bossfanger. Der ist so krass, ich kann seine Schattengäste abbrechen. $50. Oh ja. Du wirst du nicht weg, ich bin zu dem. Was ist das hier? Nein. Sentinat Farm Okay, ist ein Heiler und hier steht jetzt, ich glaube ich bin voll Staticals for Rare Farm Sentinat Muttershop Farming Sentinat Oh, so theoretisch geht das. Ich glaube aber eh nicht. Hier will ich nicht. Ich habe die Dramatische Schrei 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 Gehen! Der hat ja nicht 1. Wow. Äh? Ich hätte verstehen. Verstehe ich nicht. Gut. Warte, jetzt google ich mal schnell. Besonders gibt es bei WoW-Head ein. Sentinux. Gegenstände. Mal der Sentinux auch. Ich bin außer Reichweite. Schön auch. 50% Chance zu droppen. Aber Moment. Geil. Hä? Droppen die bei den... Englische Kommentare. Ja.